Das Vivi Community Update ist draußen mit vielen Sachen, die auf jeden Fall besprochen wurden, die wir uns definitiv anschauen werden. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall das Rebranding von Vivi mal ganz genau an. Ihr hört meine Meinung, ihr könnt sehr gerne mir eure Meinung in die Kommentare stellen. Und wir haben auf jeden Fall einen kleinen Hinweis für den nächsten Drop, den wir am Wochenende sehen werden. Außerdem haben wir den nächsten Comic Drop vor der Tür stehen. Und wir bekommen noch einen weiteren Comic Drop auf Vivi. Das alles heute in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen auf jeden Fall nicht verpassen solltest. Und heute habe ich auf jeden Fall das Community Update für euch, wie gesagt, zusammengefasst. Einmal hier und das werden wir uns als erstes jetzt auch einmal anschauen. Ja, der nächste Comic Drop steht vor der Tür und der macht mich persönlich richtig happy. Denn wir sehen nämlich hier das nächste Walt Disney Comic bzw. das nächste Mickey Mouse Comic. Und mich freut das einfach extrem zu sehen, dass wir hier tatsächlich jetzt schon das zweite Mickey Mouse Comic bekommen. Und dementsprechend wahrscheinlich noch sehr viel mehr folgen werden, denn ich bin persönlich ein super Mickey Mouse Fan. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns mal die Daten an, wann das Ganze droppen wird. Nämlich am Freitag um 17 Uhr deutscher Zeit mit insgesamt fünf Cover Varianten. Und das Ganze ist Back to the Clone Deak aus dem Jahre 1953 und ja, ist im Prinzip hier wirklich ein Comic, was man definitiv mehr mitnehmen könnte. Denn es ist tatsächlich das zweite Comic, was wir hier, wie gesagt, sehen werden. Und ja, das sind auf jeden Fall die Cover, die wir bekommen werden. Hier natürlich auch mit Donald, dann haben wir natürlich mit den drei Jungs und natürlich niemand anderem als Dagobert Duck. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie viele Comics da auf jeden Fall noch folgen werden. Du kannst mir auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Bist du auch ein riesen Mickey Mouse Fan, so wie ich zum Beispiel? Oder sagst du, nee, lass mal, ich sammle lieber Marvel Comics. Schreib es mir sehr gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Meinung. Ansonsten gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass das Ganze um die sieben Gems wie immer kosten wird. Und ansonsten auch wahrscheinlich eine Stückauflage von 10.000 bis 7.500 Stück haben wird. Nach dem Mickey Mouse Comic Drop bekommen wir außerdem noch ein weiteres Marvel Comic. Und zwar nicht mehr an Sonntag um 17 Uhr deutscher Zeit, am 5. Februar. Und zwar das Ganze natürlich wie immer im Blindbox-Format. Und zwar sehen wir nämlich hier The Fantastic Four, Hashtag 52, aus dem Jahre 1961. Und wir sehen hier The First Appearance of the Black Panther, beziehungsweise Takala as well. Und ja, das wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Comic. Das war mal die Cover, die wir dort sehen werden. Und auch die Preise auf Go Collect sind an dieser Stelle sehr interessant. Denn wenn man sich das Ganze mal anschaut, ja, dann sehen wir auf jeden Fall hier wirklich sehr, sehr gute Preise für eine 9.6. Schon 35.000 US-Dollar sind auf jeden Fall schon eine stattliche Zahl. Deswegen für mich persönlich auf jeden Fall ein Job, den ich mitnehmen werde. Und das Erste, was wir uns an dieser Stelle anschauen, ist nämlich hier auch, was auch als Erstes beim Community Update bekannt gegeben wurde. Nämlich das Rebranding. Und was meine ich damit, das werdet ihr gleich sehen. Und als erstes lesen wir uns erstmal hier diesen Spruch vor, nämlich New Look, Same Mission. Und genau so sieht es aus. Wir haben nämlich eine neue Webseite von Vivi an dieser Stelle mit einem komplett neuen Aufbau. Ja, im Prinzip ist fast dasselbe wieder drin wie vorher. Und genau, ansonsten findet ihr hier dann auch die Links zum Medium-Artikel direkt. Ihr bekommt aber hier auch nochmal so einen kleinen Überblick. Genau, finde ich persönlich sehr viel ansprechender als die letzte Webseite. Auch für Leute, die sich das erste Mal hier auf diese Webseite begeben. Ansonsten hat sich das Ganze natürlich hier auch auf Instagram wie auch auf Twitter geändert. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben, was ihr von dem neuen Design haltet. Ich persönlich finde es gar nicht so schlecht, auch wenn es viele Memes mittlerweile schon zum Beispiel hier über das neue Logo von Vivi gibt. Dazu kommen wir aber gleich nochmal zurück. Denn viele werden sich wahrscheinlich fragen, hey, was hat es denn jetzt mit diesem neuen Logo auf sich? Und ja, dieses neue Logo hat im Prinzip ist auf sich, dass natürlich hier erstmal das V drin steckt. Wir haben hier sozusagen ein Herz, was die Liebe zum Sammeln symbolisieren soll. Außerdem soll es noch laut Dan auf jeden Fall hier ein Schild sein, welches natürlich hier Sicherheit vermitteln soll für das digitale Sammeln. Und ja, das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eigentlich gar nicht so schlecht, auch wenn es viele Leute irgendwie ein bisschen mit Memes und so weiter übersehen. Aber gut, jedem das eine. Ich persönlich finde es gar nicht so schlecht. Kommen wir doch jetzt aber mal zu den Updates, die es gab. Denn wir haben natürlich als allererstes die Search Bar bekommen, erst vor kurzem. Dort wird es auf jeden Fall noch ein zweites Update geben mit mehr Filterfunktionen und wahrscheinlich noch einigen Skalierungen bzw. Verbesserungen an dem System selbst. Das heißt, da können wir auf jeden Fall in Zukunft noch ein weiteres Update erwarten. Ansonsten ist das Thema Merging natürlich auch gewesen und hier kann das Ganze natürlich etwas dauern und da müsst ihr auch Verständnis haben, weil im Endeffekt geht es um eure Assets. Und hier wollen sie natürlich wirklich 100% Sicherheit haben, dass sie natürlich erstens überhaupt eure Assets richtig transferieren. Und das Zweite ist, dass natürlich hier nicht irgendwelche Bot-User das Ganze ausnutzen und jetzt plötzlich von ihren vier Non-KYC-Bot-Accounts das zusammenschieben auf einen und der das dann sozusagen einfach verkaufen kann. Also hier sind auch auf jeden Fall einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen, deswegen kann das auf jeden Fall ein bisschen länger dauern. Ansonsten kommen wir zur MCP. MCP ist um ein weiteres Mal verschoben worden und ja, es gibt aber ein kleines Update auf jeden Fall dazu. Und zwar, dass es nämlich dann in der App einen neuen Button geben wird unter dem Profil und dort könnt ihr dann sozusagen eure MCP-Punkte berechnen lassen. Das Ganze wird aber tatsächlich nicht allzu schnell passieren, denn das Ganze wird zwischen 24 und 48 Stunden brauchen, um zu berechnen. Ihr müsst euch natürlich auch mal vorstellen, wie viele Daten da einfach natürlich auch zusammenkommen, wenn ihr das Ganze berechnen wollt. Im Prinzip bei mir sind es zum Beispiel jetzt schon über fast anderthalb Jahre, wo MCP-Punkte gesammelt wurden. Das heißt, das Ganze muss auch erstmal berechnet werden, das braucht einfach eine Zeit, aber dann bekommt ihr auf jeden Fall per E-Mail auch eine Benachrichtigung, sobald das Ganze abgeschlossen ist. Ansonsten kommen wir zum Thema Waitlist und die wird nämlich relativ zeitnah zu MCP droppen, beziehungsweise nach MCP droppen. Ich gehe mal davon aus, dass wir das tatsächlich noch in Q3 sehen könnten. Betonung liegt hier aber wie gesagt auf könnten, aber sie haben auf jeden Fall gesagt, es soll relativ zeitnah droppen. Dann natürlich erstmal mit Test-Drops und dann auch wirklich reguläre Drops. Das Ganze ist nochmal mit ein paar Details versehen und zwar wird es nämlich insgesamt 30 Minuten vor dem Drop eine Warteschlange geben, die eröffnet wird, wo ihr reingehen könnt. Und 5 Minuten bevor der Drop stattfindet, dann müsst ihr sozusagen drin sein, ansonsten könnt ihr nicht mehr beitreten und dann wird im Prinzip random ausgewürfelt, wer dann auch hier das Collectible bekommt. Also eigentlich ziemlich faires System, so wie das auf jeden Fall hier vermittelt wurde. Ansonsten für die Blindboxes gilt an dieser Stelle tatsächlich dasselbe. Was das Thema Crypto Pay-In angeht, dort wird es auf jeden Fall auch bald der ersten Beta-Test geben, beziehungsweise es wird wieder der Beta-Test aufgenommen. Wir hatten ja tatsächlich schon die Beta-Phase, es sind einige Probleme aufgetreten, die sind im Prinzip jetzt auch schon dabei gefixt zu werden. Ansonsten ist das Ganze natürlich durch Wired total durcheinander geraten, aber das Gute ist, sie können im Prinzip dort wieder anfangen, wo sie aufgehört haben. Also das heißt, sie müssen hier nicht nochmal von neu starten, sondern können im Prinzip wirklich einfach dort wieder ansetzen, wo sie im Prinzip unterbrochen wurden. Was für mich persönlich ein sehr gutes Zeichen ist und wo es eventuell dann auch sein könnte, dass es dann auf jeden Fall, denke ich mal, auch in Q2 sehen können. Ansonsten wird natürlich auch viele Leute Crypto Pay-Out an dieser Stelle interessieren. Dazu können sie im Prinzip momentan nicht so wirklich viel sagen. Es muss auf jeden Fall noch einiges verbessert werden, sowie dass man an der Bot-Protection natürlich versucht zu arbeiten. Außerdem muss natürlich die Sicherheit gewährleistet sein, dass das Ganze hier auch wirklich nicht von irgendwelchen Leuten ausgenutzt wird, um Geld zu waschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dort ist natürlich auch das Problem, dass sie in Neuseeland sitzen und dort natürlich auch die härtesten Geldwäschegesetze sind. Dementsprechend müssen sie auf jeden Fall hier sehr, sehr aufpassen. Ansonsten gibt es aber auf jeden Fall wirklich eigentlich nur noch diese Sicherheitsbedenken. Ansonsten technisch sei das soweit eigentlich. Ansonsten kommen wir zu dem größten Thema und auch zu dem besten eigentlich hier bei diesem ganzen Update und zwar nämlich zu dem Thema Marketing und KYC. Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, was hat denn KYC jetzt mit Marketing zu tun? Und zwar nämlich das Unboarding. Und zwar das Unboarding wird sehr viel einfacher werden, laut Dan. Denn sie haben anscheinend die Möglichkeit hier an dieser Stelle auch rechtlich gefunden zu sagen, man muss erst KYC machen, wenn man wirklich auf dem Markt verkauft bzw. kauft. Wenn ihr natürlich normal im Store kauft, das geht dann im Prinzip normal ohne KYC. Ihr könnt das Ganze auch mit dem Promocode empfangen usw. Das ist alles auf jeden Fall legitim, aber sobald es dann wirklich auch ums Auscashen geht oder auch zum Beispiel Interaktion auf dem Markt, was bieten usw. angeht. Dort braucht ihr dann wirklich KYC. Für uns ist es natürlich an dieser Stelle unrelevant, aber das soll auf jeden Fall dann auch helfen, Leute schneller auch in die App zu bekommen. Außerdem wird natürlich dementsprechend auch das Entwicklerteam weiterhin vergrößert. Außerdem wird dieses Jahr tatsächlich auch das Marketing Jahr. Sie wollen mehr skalieren im gesamten Bereich. Außerdem wollen sie spezifische Sammler abholen. In dem Fall haben sie zum Beispiel jetzt eben Disney genannt. Dort wäre natürlich eine Sache mit den Williams auf jeden Fall möglich, dass sie zum Beispiel sagen, dass sie dort irgendwie eine Kombination mit Fidgetill, also mit physisch und digital auf jeden Fall arbeiten wollen. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man hier auf jeden Fall einige Disney-Fans abholen könnte. Ansonsten kommen wir nochmal ganz kurz spezifisch darauf ein, was ist denn jetzt genau mit Marketing gemeint. Mit Marketing ist gemeint im Prinzip das KYC wirklich einfacher zu machen, dann halt wirklich Utility reinzubringen. Das heißt mit MCP, UUP zum Beispiel dann natürlich Features mit einzubauen, wie Crypto Pay in, Crypto Payout oder zum Beispiel auch Giveaways und so weiter zu veranstalten, um einfach neue User zu anborden. Wahrscheinlich die große Big Mass Adaption wird erst in den nächsten Jahren kommen, also 2024, 2025. Davon gehe ich jedenfalls aus. So wie man auch Alex an dieser Stelle häufiger reden hört, ist wirklich dieses Jahr so ein bisschen noch zum Warmlaufen. Ansonsten ist es auf jeden Fall sehr interessant, was David auch noch gesagt hat, denn David hat sich natürlich auch zum Thema Lizenzen und IPs geäußert. Da hat er gesagt, dass wir auf jeden Fall Rambo auf Vivi sehen werden. Das heißt, ja in den kommenden Wochen können wir damit auf jeden Fall rechnen. Ansonsten wird es noch einige weitere Retro-Charaktere geben und zwar gibt es nämlich dieses Bild hier wieder und wir wissen ja, David kündigt sehr gerne mal irgendwie Sachen an, ohne es irgendwie wirklich zu sagen. Und ja, was man zum Beispiel hier mal gerade sieht, auf dieser Flasche sehen wir Ernie bzw. Bert sehen wir auf jeden Fall hier und also im Prinzip die Sesamstraße. Und da wäre natürlich naheliegend, da er halt auch in dem Interview gesagt hat, dass es auf jeden Fall noch einige weitere Retro-Charaktere hier geben wird. Bald als Drops wäre tatsächlich hier auch die Sesamstraße recht interessant für einige Leute. Und ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich definitiv noch sehr spannend fand. Dann soll es außerdem noch Kollaborationen zwischen Künstlern geben, das heißt, die stellen dann zusammen Kunstwerke auf Vivi ein. Außerdem soll das Thema Fidgetil noch sehr viel weiter ausgebaut werden und Q3 wie Q4 sollte auf jeden Fall dann richtig Gas gegeben werden. Was das sein wird und mit welchem Lizenzpartner, das wissen wir natürlich nicht. Aber Q4 soll auf jeden Fall laut David hier sehr, sehr interessant werden, was das Thema angeht. Außerdem hat David sich dazu noch geäußert, was wir für Brands eventuell sehen könnten. Und da ist es nämlich tatsächlich so, dass wir da in der Comics-Sektion auf jeden Fall noch weitere Dinge sehen werden. Das heißt, nicht nur Marvel Comics, sondern zum Beispiel Anime Comics beispielsweise oder auch andere DC Comics. Laut David werden es etwas kleinere Brands sein, aber ich bin auf jeden Fall trotzdem gespannt, was David hier für Vivi an Land zieht. Und als letztens gab es noch eine kleine Ankündigung, noch eben kurz in einem Twitter-Space. Und zwar wird es nämlich am Wochenende einen Marvel-Job geben. Was da jobben könnte, das könnt ihr mir auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr für Ideen. Und auch Spekulationen habt. Und ansonsten war es das heute mit dem ganzen Video. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gebt mir ganz viel, sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir fürs Zusehen. Und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend. Bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.